ich wollte euch nun mal eine mutierte drohne zeigen an der anatomie von dieser männlichen honigbiene stimmt einfach gar nichts der hinterleib sieht normal aus die flügel sehen normal aus auch der thorax die beine sehen auch schon komisch aus weil normalerweise sind die ein ticken länger bei den menschen und wenn man sich dann diese kopfform hier anguckt also der erste gedanke war bei mir ja so sehen drohen bei tschernobyl aus oder bei fukushima völlig absurd also gerade diese kopfform hier ist heieiei lebensfähig ist die nicht und ich weiß auch nicht genau wie das entstanden ist also es ist ganz klar eine mutation das kann man sehen und mutationen sind auch mal in der natur ganz normal sage ich mal mir ist übrigens dieses männchen direkt ins auge gestochen also ich habe da einfach eine wabe hochgehoben bei einer kundin und denke so hups was ist denn das hier für eine drohne hab sie einfach mal in käfig gesetzt erst mal um euch das dann hier auch hier zu zeigen normalerweise wenn drohnen mutieren dann haben die weiße augen also so ist das was ich von meiner ausbildung kennen mutierte drohnen haben weiße augen so was hier habe ich noch nie in meinem leben als imker gesehen und ich setze das jetzt einfach mal wie immer bei youtube rein und dann gucken wir doch einfach mal ob vielleicht einer von euch lieben zuschauern ein gelernter genetiker ist oder wie auch immer und da vielleicht ein bisschen mehr ahnung hat wie ich was denn mit diesem tier hier passiert sein könnte was hier übrigens ganz interessant ist ich bin mir gar nicht sicher wo der kopf anfängt und aufhört weil es scheint so wie wenn hier oben in dem bereich noch mal kleinere fresswerkzeuge sind also eigentlich wäre das so eher richtung bienenkopf man sieht aber auch auf der unterseite fresswerkzeuge also echt ganz ganz komisch mutiert und ja wenn ihr da mehr bescheid ist wie ich dann schreibt es mir in die kommentare rein und jetzt würde ich sagen dieses arme lebewesen ist halt vogelfutter einen guten appetit wünsche ich den vögeln